Ja, da bin ich auch schon wieder bei euch sagen, weiter geht's mit Tomb Raider 2, Staring Lara Croft Remastered auf der Nintendo Switch. Ich würde sagen, wir machen das so wie im ersten Teil, wir schauen gleich erstmal in Laras Zuhause rein und machen das erste Level komplett. Also das Spiel, wir schauen gleich rein und somit erstmal ins Zuhause. Wie gesagt, wir haben den ersten Teil angespielt, wenn ihr das verpasst habt, müsst ihr in das Video mal reinschauen, war mega mega cool. Okay, ja nice, also hier dieses Trainingsparcours ist im zweiten auch ganz anders. Stimmt, hier war damals ja auch dieser Butler, den wir hier auch schon sehen. Mega cool, der alle so hinterhergelaufen kommen. Ich würde sagen, erstmal schauen wir hier. Du musst die Sprung und die Bewegungstaste nach vorne drücken, damit ich die Lücke überspringen kann. Lauf zum Start zurück und versuche es nochmal. Ich würde sagen, schauen wir mal. Also Sprung-Taste ist auf Y und auf dem Pro-Controller. Versuch springen, was sie meinen. Um weitere Abgründe zu überwinden, muss ich Anlauf nehmen. Zurück zum Start. Um weitere zu überwinden, muss ich Anlauf nehmen. Zurück zum Start. Okay, muss man erstmal reinkommen, aber schauen wir mal. Also eigentlich Sprung-Taste, was sie sagt. Moment, das muss ich üben, da muss man wirklich üben. Also auf R kann man so ganz normal gehen. Normalspringen, so. Ah, okay. Dann erst so zurück. Und dann rüber würde ich sagen, ja, okay, passt. Im Moment zumindest. Und oben Zeit läuft. Ich finde das cool, dass hier beim zweiten Teil dieser Butler damit läuft. Was natürlich auch sehr, sehr cool gemacht ist. Ich fand das damals auch schon Highlight. Okay, hier darf man runter. Naja, anscheinend ja auch. Man kann sie auch so ranhängen. Okay, wie gesagt, erstmal den Trainingsparcours abbewältigen. Und dann mal schauen, wie das erste Level gleich wird. Ich lasse mich überraschen. Übrigens, das ist die Original-Grafik und das ist die Remaster-Grafik. Zeit oben würde ich sagen, interessiert mich jetzt eher weniger. Und zum Reinkommen ins Game muss man sagen, passt das immer mit Lava zu Hause. Hier nochmal ein Busch zurück. Und so einmal rüber, oder? Ja, okay. Ja, wenn ihr da im Let's Play zusehen möchtet, lasst mich das wissen. Wenn ihr das auf YouTube seht, natürlich in den Kommentaren. Sonst auf Twitch natürlich hier im Chat. Der Starlight Daniel schrieb aber, er hätte Bock auf den Let's Play. Im Moment läuft da noch Golden Sun. Das muss ich schauen. Also wenn das irgendwann mal zu Ende ist, dann machen wir auch den zweiten Teil. Demnächst natürlich noch. Wenn wir das alles mal irgendwann beendet haben, auch Mario vs. Donkey Kong und so, dann könnte man natürlich schauen, in einem Let's Play vielleicht zu Tomb Raider 1, 2 oder 3. Vielleicht auch alle 3 müsste man schauen, wenn die Laune und die Lust natürlich da ist. Ich sehe gerade, hier muss ich glaube ich runter. Ja, da müssen wir uns durchs Wasser. War zum Üben recht cool gemacht. Um auch so ein bisschen mit der Steuerung klar zu kommen. War damals auch so. Man musste natürlich erstmal reinkommen ins Game und die, Ja, die Trainingseinheiten hier in Laras Zuhause sind schon ganz cool gemacht. Vor allem hier am zweiten, wo der Butler, der kommt ja die ganze Zeit ständig hinterher. Säger zwei Minuten haben wir irgendwie schon. Okay, hier kann man sich dranhängen. Das muss er drücken. B, okay. Also einmal festhalten und rüber. Okay, nice. Und geschafft. Vielleicht geht's noch schneller. Vielleicht geht's noch schneller. Okay, 2 Minuten 21 Sekunden, aber nö. Wir wollen jetzt nochmal kurz hier rumschauen. Du kannst dir gerne auf den Rest des Hauses und den Garten anschauen. Genau, das wollt ihr ja sowieso. Hier sieht man nochmal. So sah das Original aus. Damals. Und so das Remaster jetzt. Mega cool. Die Remastergabe, ich muss wirklich auch sagen, hatte ja schon beim ersten gesagt. Mega geil. Ich habe den ersten privat auch schon ein bisschen weiter gespielt. Die ersten paar Levels gemacht und so. Ich muss sagen, mega cool, dass endlich die Remasterteile raus sind. Und vor allem auch auf der Nintendo Switch. Meine Lieblingskonsole. Und hier sieht man noch den wunderschönen Garten. Welche Grafik nochmal ändern. Oha. Ja, Remaster. Man sieht auch die Texturen. Viel, viel geiler gemacht im Remaster. Und was wäre hier noch? Hier vorne ist ein Brunnen. Okay. Aber so besondere Sachen gibt es uns nicht mehr hier. Außer die Trainings-Einheit, die wir gerade hinter uns haben, oder? Kann man die Tür öffnen? Ah, hier links sehe ich. Das ist ein Schalter. Ja, dann schauen wir kurz mal ins Zuhause im zweiten Teil hier. Ah, die Kisten übrigens sind hier weg. Im ersten Teil standen hier ja noch Kisten zum Üben. Nice. Ich fand auch übrigens damals, ähm... Also von den ersten drei Teilen muss ich sagen, der zweite Teil hat mir damals am besten gefallen. Den dritten habe ich auch nie ganz gespielt. Aber der zweite war schon Highlight. Ich finde heute immer noch der beste Teil, den es je gegeben hat. Und hier sieht man auch, einiges hat sich auf jeden Fall verändert hier. Hier ist auch eine Tür anscheinend, ne? Ah, da braucht man einen Schlüssel. Okay. Wo bekommt man den dann? Oh, ihre Dusche. Original natürlich alles ein bisschen heller und so. Aber Remaster viel, viel geiler. Kann man hier duschen? Da kann ich nicht aktivieren, okay? Na hier ihre Badebanne. Das heißt, man kann hier sogar einen Schlüssel finden für die Tür hier irgendwie oder wie ihr zuhause hier. Gut, dann schauen wir erstmal hinten nochmal rum. Und unten können wir auch gleich nochmal runterschauen. Aber alles ganz anders als im ersten noch. Hier standen da die Kisten unten im Foyer, beziehungsweise im Eingangsbereich. Ja, hier war ja die Trainingsmatte. Ah, stimmt. Im ersten war hier die Trainingsmatte. Original und Remaster. Viel cooler. Gut, schauen wir mal. Das war hier oben. Wollen wir alles ein bisschen beschnuppern hier. Auch sehr schöner Rund. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir unten nochmal durch. Kann man da runter springen, ne? Ich hoffe nur, dass wir uns überleben. Okay, wir haben sogar Energie oben. Einen ganz leichten, klein bin ich verloren gerade. Für die Uhr hört man ticken. Was war das auch für ein Raum? Ich muss sagen, hier übrigens, das geht gar nicht. Die Original Grafik geht gar nicht. Die Remaster Grafik viel cooler. Ach, hier ist es über die Anlage gestimmt. Kann man die? Da hat man noch Musik. Ganz leise, genau. Ah, jetzt wird es lauter. Okay. Ja, hier kann man die Anlage einschalten, was auch sehr cool ist. Stimmt, hier war das Becken. Und auch ein bisschen anders als im ersten Teil noch. Bei ihrem Zuhause hier. Da war ich hier oben. Also das war hier nicht. Ich würde sagen, einmal kurz hin. Und reinspringen. Okay, mega cool. Ich muss immer wieder sagen, ich liebe Tomb Raider. Vor allem die ersten drei Teile. Und da sieht man auch schon der Banner kommen. Das ist ja so, dass er immer hinterher kommt. Mega cool. Das heißt, einen kleinen Tee trinken. Oder einen Kaffee nochmal schnell. Bevor wir losziehen. Ach, hier ist ihre Küche. Okay. Original. Und Remastered. Okay. Ich würde sagen, Highlight. Hier ist auch noch was, sehe ich gerade. Mega cool, wie sich das Zuhause verändert hatte. Schon hier im zweiten Teil. Ach, hier hat sie ihren Kühlraum anscheinend. Wo schon Fleisch und so noch hängen. Wie man hier sieht. Mega cool. Badler kommen auch hinterher. Kann man den Schlüssel irgendwo finden für die eine Tür? Das könnte mich natürlich gerne mal wissen lassen. Das würde mich interessieren. Weil ich denke mal, das würde ich natürlich dann auch schauen. Das ist so ein kleines Easter Egg in ihrem Zuhause. Kann man schon fast sagen. Den Raum, wo man den erkunden möchte. Ich wüsste nur nicht, wo der wäre. Aber ich würde sagen, ja. Somit haben wir hier zumindest hier zu Hause einmal beschnuppert. Ich würde sagen, erst mal direkt zum Titelbildschirm zurück. Die goldene Maske ist übrigens in der Erweiterung. Und erst mal zurück zum Titelbild. Und natürlich, wie gesagt, in diesem angespielt auch das erste Level. Machen wir einmal komplett, würde ich sagen. Gut, somit geht es auch schon los. Mit dem Intro-Trailer. An den kann ich mich sogar noch sehr gut erinnern hier. Jetzt, wo ich das gerade sehe. Und dann, wo ich das gerade sehe. Ich würde sagen, hat was. Wie Charaktere hier nur aussehen. Also, bei heutigen Verhältnissen eigentlich schon etwas ungewohnt. Aber ich zocke Retro-Games sowieso sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Mega episch gemacht, ich finde den auch viel cooler den Intro Trailer als vom ersten. Okay, somit Lara ist angekommen. Und wir rutschen direkt rein ins Level. Okay, hier müsste man wieder schauen. Also normale Waffen haben wir natürlich unendlich Munition mit den normalen zumindest im Moment. Also ich werde natürlich versuchen das erste Level auch in diesem... ...angespielt komplett zu machen wie im ersten Teil. Wenn wir demnächst den dritten Teil anspielen, würde ich sagen, war ja auch das erste Level. Das ist übrigens die Original Grafik, sah aber auch recht dunkel aus. Und Remaster sieht immer ein bisschen dunkler aus, ne? Als im Original. Boah, hier an das erste Level kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Gut, schauen wir erstmal ein bisschen rum. Hier ist Wasser. Okay, Remaster. Die Original Grafik geht gar nicht eigentlich. Aber Remaster recht dunkel, ne? Zu dunkel sogar in einigen Bereichen. Was eigentlich schade ist. Klaas. Da ist sogar... ...so ein Vieh. So ein Löwe, glaube ich. Oder was ist das? So ein Tiger. Lieber schnell wieder hoch, ey. Oder? Und an die Steuerung muss man sich auch erstmal wieder gebühren. Aber ich lasse die normale Panzersteuerung. Es gibt da die Original... Ähm... ...die moderne... ...und die Originalsteuerung. Na, ist irgendwie, glaube ich, ein Tiger oder so. Ich würde sagen, drauf da, oder? Solange er mich nicht kriegt. Kann ich mich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern hier. Dass er so anfängt. Am zweiten Teil. Der Anlauf rüber. Ah. Nur das Fehler unten. Okay, wir haben ihn. Übrigens Original. Beim Original hängen hier gar keine Ranken. Hier hängen jetzt Ranken. Mega cool. Sehen mega gut aus. Gut, dann schauen wir erstmal hier hoch. Sprünge muss man wirklich üben. Ach, ist nicht wahr. Jetzt... Ich hatte eigentlich auch R gedrückt, damit es normal geht, aber... Sie wollte nicht so, wie ich das möchte. Also, er ist R drücken, dann gemütlich an den Rand. Denk mal, ich muss da rüber, ne? Da rechts sehe ich gerade, müsste ein Geheimnis sein, ja. Oder eher gesagt, ein Item. Ist das eine Katze, oder? So eine Art Skulptur. Nice. Das war sogar ein Geheimnis. Wenn ich mal kurz schaue, man kann da im Menü sehen, unter, wo war das? Hier unter Statistiken, genau, unter Kompass ist es am ersten Teil. Ne, eins von 14 Pfundstücken. Geheimnisse. Zeigt da jetzt nur die Skulptur an. Ne, ne. Im ersten ist es ja noch so, dass da steht eins von vier zum Beispiel. Hier zeigt er nur die Katze. Also, ich kann das oben nochmal ranzoomen. Da sieht man das nochmal. Und insgesamt gibt es 14 Pfundstücke. Okay. Munition. 24 Pfundstücke. Verbrauch. Was anderes eigentlich alles, wie beim ersten. Okay. Ist ja auch so ähnlich. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass man später auch Fahrzeuge im zweiten steuern konnte. Also ein Boot, da kann ich mich noch an damals daran erinnern. Gab es im ersten dann nicht. Nein. Och nö ey. Und schon wieder hier so viel. Klar. Wo kommt die denn alle her? Okay. Nummer zwei gekillt. Das heißt, hier sind sogar zwei von den Viechern. Jetzt muss ich da ganz wieder hochklettern oder wie? Okay. Boah. Das ist er ärgerlich. Aber so ist Tomb Raider. Springen, schießen und Geheimnisse lüften. Und Rätsel lösen. Super. Aber es macht immer noch Laune. Also eigentlich immer noch so genauso wie damals. Ich habe, wie gesagt, den ersten Teil nach dem angespielt, wo wir das dann gemacht hatten. Auf jeden Fall nochmal weiter gespielt. Und die Levels werden nach und nach natürlich immer kultiger. So ist es auch im zweiten. Und ich bin froh, dass die Remaster Collection rausgekommen ist. Nur wie gesagt, die Sprünge und hier das mit dem Gehen und so muss man üben. Nicht wahr, oder? Ich springe auf der Sprungtaste und... Das ist echt ungewohnt. Gut, erstmal gemütlich. So hier hin, würde ich sagen. Und dann rüber. Okay. Na, zumindest haben wir das erste Geheimnis. Hier recht. Dann sage ich hier oben. Schnell hoch. Ich glaube, wir müssen... Was macht sie da, ey? Ich wollte mit der Kamera schauen, sie hoppelt irgendwie zurück. Wir müssen, glaube ich, da oben hin, ne? Das ist übrigens original so. Und Remaster. Okay, das heißt, ganz langsam am Rand zurück und dann rüber. Aber wenn man hier nicht hochkommt, muss man wieder von unten anfangen. Aber wir haben es geschafft, okay. Okay, original ist aber hier... Mal schauen, die Ecken auch extrem dunkel. Remaster noch einigermaßen dunkel, aber erkennbar. Was müssen wir hier machen? Ich sehe, dass hier so eine Plattform... Ah! Gefährlich! Hätte natürlich auch sein können, dass das jetzt eine Falle gewesen wäre. Wie man es erkennt, wenn man in die Stacheln fällt, ist das sehr gefährlich, oder? Ich muss es dazu sagen, auch im ersten Fall. Hier haben wir irgendwie so eine Tür. Und dann drüben geht es auch rüber. Ach, hier ist ein Schalter. Ah, okay. Sesam öffnet die. Klar. Und direkt gegen die Walke knallen. Was ist das? Ich wollte gerade sagen, da kommt ein Vogel doch. Klar. Wie viel Schaden hält so ein Vogel bitte aus? Das ist hart, das ist glaube ich Adler sogar noch. Noch einer. Sogar zwei, die jetzt kommen. Aber krass. Aber krass. Ja, es kann natürlich sein, dass hier irgendwo noch Geheimnisse versteckt sind, aber... Denkt man nicht. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Ne. Ah, super. Ähm. Dann müsste er irgendwo rumliegen hier. Das ist übrigens auch neu mit den Schaltern oder den Türen. Weil da kann ich mich jetzt am ersten Teil nicht dran erinnern. Zumindest die Levels, die ich durch habe. Die ersten vier waren das irgendwie, die ich durchgespielt habe. Ähm. War jetzt nichts mit Schlüsseltüren. Und Schaltern oder so. Was haben wir hier unten dann? Also da unten wäre Wasser. Ich wollte gar nicht zurückspringen. Kann auch sein, dass wir da runter müssen. Denken wir ja nur. Okay, lieber ganz vorsichtig antasten. OMG, wollte ich gerade sagen, aber ja. Bin jetzt zu runter. Was haben wir da? Ach. Das ist der Schlüssel. Okay. Nice. Aber sonst wäre hier nichts, ne? Das ist so im ersten Blick. Nur anscheinend nicht. Okay. Ja, klar. Wohl wieder so ein Tiger hier. Das ist hart. Okay, die Hälfte an Energie ist sogar schon weg hier. Nochmal, wir haben ihn. Ja, das heißt eigentlich nur wieder hoch, oder? Also ich denke mal nicht, dass hier unten irgendwas ist. Oh, mal wieder hoch, okay. Dann würde ich sagen, ja, schauen wir direkt durch die Tür. Ach, ich sehe gerade, sie hat sogar die Schrotflinte auf dem Rücken. Direkt von Anfang an schon. Im ersten Teil ist das ja so, dass man die Schrotflinte, die muss man erst finden, dann in einem Level. Ich glaube, im zweiten oder dritten Level war doch so. Die hat sie direkt von Anfang an. Das heißt, ich könnte direkt die Schrot nehmen. Aber die hat nur noch zwei Schüsse im Moment. Plus, Magnesium-Fackel haben wir zwei mit und Buschel-Medikid. Direkt zum Start. Das passt. Ah, irgendwas war da. Okay. Ey, was ist denn da? Ich sehe den Ding. Ach doch, da kommt irgendwas angekrabbelt. Was ist das für ein Fiend? Spidey, oder? Okay. Ah, geh weg, ey. Ja, das ist tatsächlich nur Spidey. So eine Many-Spidey, sehr cool. Wie gesagt, ich kann mich an das erste, glaube ich, irgendwie gar nicht mehr erinnern an damals. Aber so ewig her. Der erste Teil kam auf Proba 690 irgendwie raus. Der zweite, glaube ich, ein Jahr später. 97, Ende 97 irgendwie. Boah, ey. Mist, kriege ich auch. Klar, so eine Spidey hält eine Million Schüsse aus. Okay. Okay, man sieht wirklich original und Remaster. Also Remaster ist wirklich viel cooler. Noch mehr Viecher, oder wie? Meine Energie übrigens. Ich müsste einmal heilen. Gut, immerhin. Somit passt volle Energie. Hä, wo ist das Vieh? Ich nehme mal einen Moment. Ich nehme mal so eine Fackel. Ja, verwenden sollst du eigentlich. Okay. Ah, okay. Dann sehen wir auch wesentlich mehr so. Ich weiß gar nicht, gab es die Fackel schon im ersten Teil? Hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Nein. Nein, das dachte ich, okay. Gut, leider würde ich sagen, schauen wir gleich erstmal hier hoch. Wie lange hält so eine Fackel? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier erstmal hoch. Aber cool, dass er auch so eine Fackeln hat. Direkt zum Anfang. Ich glaube, hier sind aber mehr Spideys, oder? Na, geh weg, ey. Herber. Wir sollen einen weiteren Schlüssel finden, ne? Ja, im Original ist es übrigens hier genauso dunkel. Remaster so auch. Ach, da liegt er, ich sehe gerade, okay. Somit Schlüssel Nummer 2 auch eingesetzt. Dann können wir eigentlich sogar so direkt runter, ne? Und rostiger Schlüssel. Mal verwenden. Was ist das da vorne? Sieht aus wie so ein Eisblock, oder? Und natürlich mehrere Viecher hier. Er ist, glaube ich, so ein Block, den man schieben kann. Was für Mistviecher. Wie viele auch davon hier rumkrabbeln. Ah, hier ist Skellam. Aha. Muss man kurz schauen, original sah das so aus. Ich denke mal, den eigentlich nur schieben. Müssen wir ziehen. Ich ziehe den einfach mal. Oder kriege ich glatt Bock, den zweiten und dritten auch zu zocken. Aber, wie gesagt, privat bin ich im ersten, so ein klein bisschen weiter. So Level 4 war das, glaube ich, irgendwie, wo ich gerade bin. Wenn dann mal natürlich erstmal den ersten komplett zu Ende. Und dann die anderen Teile irgendwann. Okay. Hier haben wir wieder Wasser. Kann ich in meine Waffen ziehen auch? Boah, Schock. Hä, wie soll ich da doi? Ich bewege mich hier extrem lahm. Kann ich ja in mir schwimmen, ne? Ja, unser erster richtiger Falle. Klar. Da soll man so durch. Klar, und direkt einmal getroffen. Und man sieht sogar, dass Blut im Wasser, okay? Wenn sie getroffen wurde. Es kommen sogar von vorne. Und von den Seiten wäre ich, okay. Wieder ein bisschen getroffen. Ja, da muss man wirklich aufpassen, oder? Und schon wieder Energie verloren. Aber geschafft. Dazu überlebt. Da haben wir zumindest noch ein großes Medipack noch. Ne, zwei sogar. Ich würde sagen, eins nehme ich direkt, weil... Bevor wir sterben. What? Krass. Und Tatsache. Das erste Level ist hier schon krasser als beim ersten Teil. Direkt so eine Stachelfalle hier. Aber geschafft. Okay. Was ist das? Oh, ich renne einfach. Ich habe keine Ahnung, wohin, aber ich renne. Klar, oder? Ist nicht wahr, ey. Somit vom Stein direkt plattgerollt. Ich habe jetzt gar nicht zwischengespeichert, oder so. Wo fängt man an? Level neu starten steht hier. Nein. Man muss jetzt wirklich komplett neu anfangen, okay. Aber krass. Wie gesagt. Ich habe mir gedacht, das ist hart. Ich hätte zwischenspeichern müssen, das ist gar nicht gut. Okay, jetzt kennt man bis dahin zumindest den Weg. Die Gegner hier und so. Muss jetzt nicht unbedingt mit weghauen, da was er anspielt. Aber mega cool. Man muss schon sagen, es ist, ja, so gesehen eigentlich sogar cooler als im ersten Teil. Man hat direkt im ersten Level krassere Fallen als im ersten. Jetzt nervt das Vieh, ey. Aber Viehs, dann sind da erst die Stachelfallen. Da muss man schnell durch und schauen, dass man da nicht vom Felsen erschlagen wird. Aber hier bin ich, nein, hier rum sind wir, no. Gut, muss ich dran denken. Also ich werde auf jeden Fall gleich da inzwischen speichern. Geheimnis oben könnte man natürlich wieder mitnehmen. Hart. Aber mega cool. Mein Geheimnis war oben, no. Zumindest wissen wir, wo die Schlüssel sind, oder so. Genau hier rüber und dann rechts. Ich würde sagen, darfst du auf jeden Fall mitnehmen. Aber fies. Dann sind da erst diese Plattformen, die einen einbrechen lassen. Mit Stachel. Und gleich dahinter geht die Tür zu. Und es kommen direkt Teile angerollt. Und man weiß gar nicht, wo man hinrennen soll, weil man es gar nicht kennt. Ich dachte, wir wollen einfach rennen und durch da und werden noch vom Stein platt gerollt. Okay. Stimmt, hier müssen wir nochmal runter. Aber wie gesagt, krass. Beim ersten Teil war es noch nicht so. Zumindest das erste Level war noch nicht so hart. So, nochmal ansetzen und rüber. Oder sie den ersten schon gespielt hat. Weil auch mit der Steuerung, man muss wirklich lernen, damit umzugehen. Somit unsere wunderschönen Frühstück hier wieder. Das sind aber nervige Viecher, ne? Ich sage, ich setze hier sogar in Zwischenspeicherung. Ja, Lehrer Slot, Spielspeicherung. Als wir sterben, können wir hier anfangen. Gut, somit Schlüssel einmal holen. Müssen wir nur schauen, dass der Tiger uns nicht kriegt. Ja, er kommt schon da oben. Er ist schon gierig. Und kommt schon. Ich habe ihn irgendwie eben gehört, er war da. Er ist extrem gierig. Nein. Kann ich ihn überspringen, ne? Ich denke mal, ich muss ihn erstmal rüber weghauen, ne? Moment. Schnell heilen. Aber gekriegt. Ja. Nein, ich würde sagen, ich speichere hier sogar auch nochmal. Die chinesische Mauer heißt übrigens das erste W hier. Ah ja, hier kann man die ganzen Spideys auch weghauen. Vor allem auch so eine fette Fischer, ne? Also extrem fette Fischer. Klar, wie viel Energie haben die? Aber, aber weggemerzt. Aber, aber weggemerzt. ah da sieht man die schon krabbeln ok somit zweiter schlüssel eingesagt überall diese spinnenbeben hier hätte spinnenbeben kann man sogar sagen direkt das wurde die hand haben wir noch mehr munition natürlich wie immer und ich würde sagen weil wir hier den blog geschoben haben lieber noch mal speichern weil es kommt schon die erste richtige falle nur zwischen speichern nicht laden sondern speichern gefährlich ist wenn man auf laden drückt wo man eigentlich speichern möchte hierbei erst mal genau hier sind die ersten moment man kann okay man kann da oben ran springen warum habe ich da eben nicht schon hochgeguckt okay das muss man natürlich auch da muss man wirklich hinschauen an die ecke dann können wir uns hier so lange hangeln und ganz easy rüber ok warum hat das keiner gesagt kann man ganz easy rüber hier und hier runter dann kann man unten durch schwimmen war easy noch nicht mal irgendwie energie verloren ich sehe schon hier direkt zwischen speichern gut das heißt daumen drücken dass wir es schaffen aber waren wir zum zwischenspeichern die felsenkampf von links zwei stück gut ich würde sagen einmal los kann und los geht es direkt rechts rum wort man sieht diesmal auch wie sie angerollt hat was ist das gras da waren sogar da war noch stachel und hier kommt dann sogar so eine wand mit stachel okay hart aber wir haben zwischenspeicher wo soll man denn dahin wir können sonst noch mal schauen wo soll man hierhin gibt es irgendwo irgendetwas wo ich hin kann hier kommt da eine felsen gleich noch weil ich so stehen ach was klappt oder wie man kann zwischen den felsen so stehen bleiben okay das muss man auch erst mal wissen du hast übrigens die original grafik hier und remaster ich nehme mal kurz wir haben mal die fackeln das ist nämlich recht booster hier da oben kommen aber nicht lang da ist ja ein geheimnis gut dass wir hier die fackeln haben recht mal die im ersten teil das ist das er zeigt mir soll wie zum felsen warum omg kann ich da so durch der fels blockiert jetzt den weg oder wie ich müsste rüber springen aber geschafft okay dann liegt sogar eine leiche gefährlich und geschafft anscheinend somit der todesfalle entkommen aber mega cool gemacht ich muss sagen der zweite teil fängt wirklich geiler an als der erste ok der erste ist auch schon ein bisschen älter als der zweite aber ok hier lieber ich könnte sagen zwischen speichern ich denke mal unten sind wieder stacheln und dahinten muss ich rüber springen und noch weiter und fast gekillt lieber schnell medica dem wir haben es aber geschafft und was wäre das geheimnis hier ok die zweites geheimnis da muss auch schnell sein wo haben wir gespeichert hier genau nimm das ding ja klar das soll man so schnell kriegen gut dass wir da gespeichert haben können wir jetzt 100 millionen mal versuchen wenn man es mal so sehen aber das ist wirklich echt extrem fies gemacht und direkt neben dem skelett aber hingelegt übrigens das war das original menü sehe ich gerade das ist das remaster menü warum wir das das artefakt mitnehmen das ist natürlich ein geheimnis muss man nicht unbedingt kann man muss man aber nicht wenn man es nur anspielen möchte man kann es natürlich versuchen man muss es auch anheben wenn sie aufhebt das dauert ewig aber ich habe es geschafft what nicht wahr das kommt mir sogar schwerer vor als im ersten alles und schnell einsammeln mach hopp ey ja zweites geheimnis hier glaube ich gerade durch moment lieber stelle mal heilung nehmen was hier kann man auch nicht stehen bleiben okay hier aber schnell speicherpunkt setzen bis da haben wir es geschafft okay nicht dass ich das gleich nochmal machen muss zum Beispiel speichern aber wir haben noch das zweite artefakt wo geht es jetzt hin wie viel fallen sind hier schon im ersten level ähm okay wir stehen in der sicherheit ähm okay ich kann mich an dieses level auch gar nicht mehr wie gesagt ab von damals hier dran erinnern und das ist auch schon so krass angefangen haben im zweiten teil hier hier haben wir immerhin noch so ein medikit übrigens das remaster graupt und beim remaster sieht man zumindest im weg dahinten besser ich würde sagen einfach schon durch ah gefährlich ey ähm man sieht nur überall so ne fetten spinnenweben und dann kommt das Vieh hier ja ich seh grad da hängt so ein seil ne ach da müssen wir uns ranhängen glaube ich okay moment erstmal hier die ecke schauen hier ist ein geheimnis anscheinend mit spidey hä kann man da irgendwo hoch ach ich seh grad ja kann man glaube ich oder also irgendwas wäre da oben aber kommt man nicht hoch ähm also ich komm da nicht an die kante okay okay im remaster wie gesagt sind einige äh im original meine ich sind einige bereiche der hell also schauen wir nochmal also eigentlich irgendwas wäre da oben aber ich weiß es nicht wie ich da rankommen soll also kommt so nicht hoch okay dann würde ich sagen egal gut hier müssen wir anscheinend runter das heißt ich würde sagen nochmal speicherpunkt setzen aber wie gesagt krass dass der zweite teil schwerer anfängt als der erste und ich würde sagen einfach augen zu und durch oder einfach ran hängen ich weiß da unten übrigens im original war das sollten am boden schwarz ja hier sieht man zumindest ein bisschen auch mehrere skelette da unten ich würde sagen aber ran hängen gedrückt halten augen zu und durch war okay und dann kommen jetzt zwei von den lügen also man sollte unbedingt erst in der ersten teil ich bin bevor man hier den zweiten das noch mal so dazu wir haben wir dann noch mal schnell heilen übrigens im original das ist hier unten aber auch so dunkel und irgendwas lag hier eben in der ecke oder was war das war das ebenso aus und wir haben noch eine fackel ich würde sagen die fackel direkt nochmal aktivieren und dann sehen wir hier unten mehr oder uns immer die zwei knochen zu erleichten dann schauen wir erst mal hinten rum hier ist sogar ein lagerfeuer klar sogar ein bisschen energie grad dran verloren was ist hier da ist so ein aktenkoffer oder was ist das kann man das mitnehmen übrigens lagerfeuer so sieht das so ein original aus das lagerfeuer hier gut ich habe jetzt irgendwie so eine tür da geht es dann weiter oder ok wer ist der er ok wer ist der er ok wer ist der er ich würde ihnen ihr leben schulden ich würde ihnen ihr leben schulden diese türen warten auf den einen und auf die richtige zeite die klinge des deutsches die herzen jener die glauben wenn sie also nicht auch treue schwören und wem gegenüber wäre die auf die sünden und reichtümer von marco bartoli ok er hat sie anscheinend selbst umgebracht vielleicht warte ich damit noch ok so wird das erste level also zwei geheimnisse haben wir gefunden die beiden die grüne und die silberne statu und insgesamt 7 von 14 und stück ok man hat da unten bei den knochen eben noch runter gehen können natürlich 20 kills insgesamt ja somit das erste level abgeschlossen wir schauen noch kurz wie es weitergeht das heißt man würde da nicht hier jetzt in der stadt ankommen dass das benedig oder so aber ja wie gesagt ich wollte das einmal mit euch anspielen das haben wir gemacht da hinten rennen sogar schon die hunde rum und so ja ich würde sagen ich gehe hier direkt erstmal zum titelbildschirm zurück ja somit haben wir den ersten und den zweiten haben wir angespielt wie gesagt wir können natürlich auch gerne den dritten noch anspielen werde ich auch demnächst machen das heißt ja teil 1 und 2 haben wir angespielt hier wäre auch wieder interessant mit laras zuhause wie das da dann aussehen würde und ja allgemein das erste level dann im dritten aber ja ich würde sagen das hier wie gesagt war es mit einem angespielt zum zweiten teil das heißt ja bis zum nächsten mal das war wieder euer nobeldecker 86 tschau 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 tschau